Willkommen zu Powerfoot TV. Wir sind hier in Venice Beach, Los Angeles, live vom Golf Gym. Wir haben gerade Will Harris getroffen. Will Harris, wie geht's dir heute? Excellent, excellent. Ich würde gerne alle meine Fans hier in der Schweiz sagen. Es ist gut, dass du hier auf dem Show bist. Vielen Dank. Wann hast du deine letzte Kampagne gemacht? Kannst du uns etwas darüber erzählen? Ja, 9-10, glaube ich. Eine Woche vorhin. Es war ein guter Show. Es war ein Show, das ich hätte gewonnen. Aber wir haben ein paar Leute auf der Hälfte, die da nicht gehören. Und sie haben die Möglichkeit, die Entscheidung zu machen, wer was macht. Und weil ich mit ein paar anderen Kollegen hatte, haben sie mich überrascht. Okay, nicht schön zu hören, aber ja, das ist live. Nein, ich werde es nicht überrascht, weil es über die Fans geht. Und sie werden die Erfahrung, was ich auf die Seite bringe. Und die Leute, die da waren und die, die da waren, wissen, dass ich das Show gewonnen habe. Und das ist das, was funktioniert. Das ist das, was wichtig ist. Nächste Woche haben wir die Olympia in Las Vegas. Willst du da sein? Ich werde da sein, mit den Bellen auf. Außerdem muss ich den Leuten zeigen, was sie fehlen. Okay, wer will das Show gewinnen? Hast du eine Idee oder ein spezielles Favourite für dich? Ich glaube, ich werde den Favourite für Jay geben. Weil er weiß, dass er einen Hälfte auf ihn hat. Mit Phil kommt auf ihn hart. Aber ich denke, er wird das letzte Pusche geben. Und er wird den Champion aus der Tür. Und er wird ihn heute besitzen. Okay, ich hoffe, er ist richtig. Weil wir haben Jay in Schwesterland am 15. Oktober in Bellen. Ich hoffe, dass du richtig bist. Meine Predigtungen kommen meistens gut. Okay, Will Harris, vielen Dank für die Interview. Und ich hoffe, dass du da in Las Vegas sehen kannst. Nein, nein, nein. Alles klar. Und du siehst mich in Vegas. Take care. Vielen Dank.